Der Monat Februar fing für mich sehr durchwachsen an. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich mich gerade in eine Leseflaute reinlese, bis dann eine harte Wende kam, ein Buch, das mich wieder voll rausgerissen hat und was dann dazu geführt hat, dass ich doch noch einiges in diesem Monat gelesen habe. Bleibt dran, um zu erfahren, welches Buch das war und welches die anderen Bücher sind. Yo Leute, herzlich willkommen zum Lesemonat Februar. Und ja, ich weiß, der Februar ist schon länger vorbei. Wir sind schon fast gefühlt Mitte März. Es war bei mir irgendwie gerade einfach sehr viel los. Ich habe auch irgendwie viel mehr für Instagram gemacht, weil Instagram ist gerade irgendwie doch mehr so das Ding, für das ich so brenne und wo ich mehr Dinge mache. Aber ich habe sogar kurzzeitig mal mit dem Gedanken gespielt, den Lesemonat Februar jetzt hier auf YouTube einfach mal ausfallen zu lassen, anstatt den halt irgendwann viel zu spät hochzuladen. Dann war ich so, nee, gut, das kannst du jetzt auch nicht bringen, weil ich habe da auch Bock drauf. Also ich liebe das, diese kurzen Videos für Instagram zu machen und alles, aber ich liebe das halt auch, dann mal ausführlich über die Bücher zu sprechen. Ich will das auch weitermachen und deswegen mache ich das jetzt und das wird auch weitergehen. Ich habe da weiter Bock dran. Aber vielleicht so als kleine Side-Information an euch, wenn ihr Instagram habt und mir da noch nicht folgt, dann schaut da gerne auch mal vorbei. Da habe ich, da lade ich eben immer auch die ganz kurzen, ganz kurze Rezensionen zu den jeweiligen Büchern immer schon hoch. Aber auch mal kleine andere Videos, die jetzt gar nicht eine konkrete Rezension sind, einfach so ein bisschen Buchstuff nebenbei. Ich werde da wahrscheinlich auch ganz viel über die Leipziger Buchmesse berichten, die jetzt im März tatsächlich ja auch ansteht. Aber ja, genau, folgt mir gerne auf Instagram. Jetzt geht es erstmal los mit dem Video. Das Erste, worüber ich jetzt kurz sprechen möchte, ist Harry Potter. Ich habe ja Anfang diesen Jahres angefangen, die ganzen Harry Potter Bücher nochmal zu rereaden beziehungsweise die Hörbücher von Rufus Beck gelesen, nochmal anzuhören und das ist so cool. Ich habe wirklich eine lange Pause gehabt. Irgendwie, ich glaube, zwischen den beiden ersten Teilen waren so vier Jahre und jetzt zwischen dem siebten und dem ersten waren es irgendwie zwei Jahre oder so. Es war immer lange Zeit gewesen und es macht richtig Spaß. Ich habe ja im Januar auch schon den Potter Talk 1 dazu hochgeladen, über den Stein der Weisen. Das ging eine Stunde. Ist auch mal hier verlinkt, falls ihr es noch nicht geschaut habt. Aber vor allem ist jetzt hier eben auch der zweite Teil verlinkt. Den habe ich nämlich jetzt im Februar angehört, die Kammer des Schreckens. Und auch dazu einen Potter Talk hochgeladen. Zudem ein sehr guter Freund von mir, der kreative Flow ein mega geiles Thumbnail gemacht hat, was ihr auch sehr gerne genießen könnt. Und ja, alles, was ich zu Harry Potter zu sagen habe, findet ihr in diesem knapp 40-minütigen Potter Talk. Also schaut da gerne mal vorbei. Ja, anfangs, wie gesagt, war der Monat Februar bei mir ein bisschen durchwachsen. Ich hatte irgendwie so ganz viele Bücher auf meinem Stapel, die ich so parallel gelesen habe. Und ich meine, normalerweise bin ich echt kein Fan von Parallelesen. Ich mache das gar nicht. Nicht, weil ich das irgendwie doof finde, sondern weil ich nicht das Bedürfnis danach habe. Ich lese halt ein Buch und das lese ich zu Ende. Oder ich breche es ab und dann lese ich ein anderes Buch. Aber diesmal war es irgendwie so, dass ich ein Buch hatte und ich habe davon angefangen. Ich habe das angefangen und habe mich selbst so ein bisschen gewundert, warum das nicht so richtig flowet, und warum ich dann nicht so richtig Bock habe, weiterzulesen. Und dann habe ich gedacht, ich lese jetzt mal parallel noch ein anderes. Und dann habe ich nur noch das gelesen und dann ist da aber das Gleiche passiert. Und ich habe noch ein Drittes angefangen. Und ich konnte bei keinem irgendwie so konkret sagen, was jetzt das Problem ist. Es gibt da auch kein genaues Problem. Ich glaube, manchmal stimmt dann doch einfach die Chemie nicht zu dem Buch. Ich kann gar nicht sagen, hey, das ist der Punkt, der mich stört oder so. Ich würde es vielleicht auch gerne mehr genießen können, aber ich kann es halt letztlich dann doch nicht. Und das ist schade, aber so ist es nun mal manchmal. Und muss man dann auch akzeptieren. Ich werde jetzt nicht allzu, also ich werde da jetzt weiter nicht drüber reden. Erstens, weil ich euch da jetzt nicht übereinflussen möchte, weil es wirklich einfach nur meins ist. Aber das ist zweitens ja auch sowieso immer so. Deswegen, ich meine, deswegen ist auch ein Grund, dass ich jetzt nicht drüber rede, weil ich einfach nichts dazu zu sagen habe. Also, es hat mir irgendwie nicht so gefallen, wie es mir gefallen kann. Es hat mich irgendwie nicht genug gecatcht, als dass ich motiviert war, das weiterzulesen. So ist es halt. Und deswegen spreche ich jetzt gleich über das nächste Buch, was ich beendet habe. Und das war die Farbe der Rache, Tinten, Herz, Band 4 quasi, den ich sogar, glaube ich, im November des letzten Jahres schon angefangen hatte und auch beiseite gelegt hatte, weil da ein ähnliches Problem war und ich irgendwie nicht wusste, was das Problem ist, warum mich das gerade nicht genug catcht. Und ich aber auch da gedacht habe, ich muss das auf jeden Fall zu Ende lesen. Und ich habe es tatsächlich nicht zu Ende gelesen jetzt, ich habe es zu Ende gehört, das Hörbuch. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, weil ich mache das öfter so mit Büchern, wenn die mich nicht genug beim Lesen catchen, dass ich dann das Hörbuch zu Ende höre, wenn ich unbedingt das noch zu Ende konsumieren will, sozusagen. Und das habe ich jetzt bei der Farbe der Rache gemacht. Habe es zu Ende gehört? Und ich sage, mein Gott, jetzt ist es halt wahrscheinlich zu Ende. I guess. Man weiß ja nie, ob da nicht doch noch irgendwas kommt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem auch, dass, ja, das ist so ein bisschen so ein, es ist schon eine Fortsetzung, die an sich eine gute neue Idee hat, so mit diesem, ja, vielleicht sind nicht die Worte das Mächtigste, sondern eben die Bilder das Mächtigste. Aber letztlich dachte ich mir dann doch nur so, ja, okay, mein Gott, dann sind es halt jetzt Bilder, die mächtig sind. Schön. Die Story ganz kurz umrissen ist halt, dass Orpheus, der ja jetzt mega grumpy ist, weil sie ihn im letzten Band besiegt haben, erschwört halt jetzt Rache auf alle seine Feinde, sozusagen. Und, ja, das ist halt schon auch erstmal so was relativ Klischeehaftes. Oh mein Gott, der Bösewicht schwört Rache und versucht sich zu rächen und das ist so Strikes Back mäßig. Ich weiß nicht, das gab mir nicht viel. Ich sage auch von den Charakteren her, ich weiß, dass Staubfinger zu viel liebt, sozusagen, dass das seine Schwäche ist. Das weiß ich. Und so ist es auch mit den anderen Charakteren, die vorkommen. Ich finde nicht, dass ich irgendwen besser kennengelernt habe. Das ist vielleicht etwas, was anderen anders ging. Vielleicht sind mir da wichtige Dinge entgangen, sozusagen. Aber habe ich nicht so das Gefühl gehabt. Es hat mir nichts gegeben, was ich nicht in den anderen Büchern schon hatte. Was ich bei Tintenherz damals so geil finde, ist halt der Schreibstil. Ich fand den Charakter von Staubfinger super cool. Ich fand die Idee, diese Magie von Worten, so spannend und faszinierend. Und deswegen habe ich den ersten Teil geliebt. Band 2 und 3 fand ich schon auch noch cool, aber waren auch schon weniger gut für mich. Wo andere sagen, hey, da geht es für sie erst richtig los, weil da ist man ja erst richtig in der Tintenwelt drin. Aber das ist für mich dann was, ja, okay, ist halt eine Fantasywelt. Schön, ja. Und das, was mich dann weiter begeistert hat, ist die Entwicklung von Staubfinger. Dass man plötzlich voll viel über ihn erfährt. Dass man erfährt, dass er völlig so ein Romantiker eigentlich auch, so voll eine riesige Gefühlsfeld hat, was du vorher gar nicht so sehr gespürt hast. Das ist halt das Coole da gewesen. Und ja, charaktermäßig hat mir jetzt irgendwie die Farbe der Rache gar nicht so viel Neues gegeben. Da mögen mir jetzt bestimmt viele sehr widersprechen, aber so ist es nun mal. Die Sprache, sag ich mal, ist immer noch megageil. Also an der Sprache liegt es wirklich nicht. Also da ist Cornelia Funke wirklich ungebrochen. Sie ist eine Meisterin, wenn es um das Spiel mit Worten geht. Und ich bin da auch wirklich ein großer Cornelia Funke Fan. Ich habe sie ja im Oktober in Frankfurt bei einem Meeting-Greed treffen dürfen und anderthalb Stunden so eine Fragerunde mit ihr erleben dürfen, wo auch ich ihr Fragen stellen konnte, was cool war. Und ich habe gelernt, dass sie eine echt faszinierende und inspirierende Person und Autorin ist einfach. Das ist und bleibt einfach so. Aber ja, mir persönlich hat die Farbe der Rache nicht wirklich was Neues gegeben. Ja, widersprecht mir jetzt gerne. Das nächste war dann Grenzfall Nummer 1. Das ist eine Krimi-Reihe, die Grenzfall-Reihe von Anna Schneider, die ich tatsächlich auch in Frankfurt kennengelernt habe. Der Band 1 kam quasi in 2021, glaube ich, raus. Mittlerweile ist da auch der vierte Band schon erschienen und der wurde auf Bookstagram eben sehr krass besprochen und auch eben sehr gut besprochen. Und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit gemeint, aber ich mag doch keine Krimis. Aber ich konnte nicht umhin, das Ganze dann doch auch mal lesen zu wollen. Und dann habe ich gedacht, aber lesen ist wahrscheinlich keine gute Idee bei mir. Ich finde Krimis tatsächlich durch diese reine Ermittlungsarbeit meistens einfach nicht so spannend. Das catcht mich einfach nicht. Und deswegen habe ich gedacht, okay, aber dann höre ich das doch. Ich habe da jetzt eben auch Bookbeat. Das ist sozusagen wie so ein Streaming-Dienst für Hörbücher, wie Netflix bloß für Hörbücher. Und da habe ich es einfach mal angehört. Und das war genau richtig für mich, weil so konnte ich es so nebenbei beim Fahrrad fahren, während ich irgendwie meine Wohnung aufräume, am Kochen bin oder was weiß ich, so einfach anhören und konnte so diese Stimmung genießen, weil das ist natürlich auch für mich ganz cool. Das spielt so im Münchner Umland, beim Braunäcklen Gries, so was. Und das ist für mich ganz cool. Ich konnte auch so ein bisschen halt diese Krimi-Vibes, nebenbei so spüren und auch cool finden. Das sind eben so diese Dinge, auf die ich mich beim Lesen nicht so tausend Prozent konzentrieren kann. Und deswegen ist es beim Lesen oft langweilig. Beim Hören ist es dann okay, sage ich mal. Ich kann das so nebenbei so ein bisschen miträtseln, ein bisschen miterleben, sage ich mal. Ich fand es also insgesamt schon unterhaltsam. Und ich fand es vor allem dann immer sehr cool, wenn es so um die Psyche von einem möglichen Täter geht. Das finde ich immer sehr spannend und das fand ich sehr, sehr cool. Wenn da so drüber gerätselt wird oder wenn es eben auch um das Zwischenmenschliche zwischen den Charakteren geht, was hier sehr, sehr viel war. Also wir haben hier eben eine neue Ermittlerin in diesem Team, die jetzt so die Leitung auch kriegt. Alexa heißt sie. Und die arbeitet halt dann mit einem österreichischen Kollegen zusammen, weil das ist dann der Grenzfall. Es wird eine Leiche gefunden, deren Körperteile über zwei Länder, Deutschland und Österreich, verteilt sind, was natürlich schon mal sehr grausam ist sozusagen. Aber deswegen sind beide Länder beteiligt und das ist quasi ein Grenzfall. Und diese beiden Ermittler sind halt sozusagen so zusammengewürfelt und ermitteln zusammen. Und zwischen denen geht halt vieles vor sich, sage ich mal. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und das, ja, ich sage so, die Ermittlungsarbeit ist ganz nett so zum Hören gewesen. Hätte ich beim Lesen wahrscheinlich gar nicht leiden können. Zum Hören fand ich es cool. Aber es ist halt auch so, ich mag halt keine Krimis. Wenn ihr Krimi-Fans seid, dann spreche ich einfach mal das aus, was ich sehr, sehr viel auf Bookstagram gelesen habe von Leuten, die Krimis mögen. Es ist scheinbar ein guter Krimi so. Scheinbar ist es ein guter Krimi, was ich nicht beurteilen kann, aber was, sage ich mal, viele andere gesagt haben. Ich kann sagen, mir haben die Charaktere gefallen, mir hat die Szenerie, die Location gefallen, die Aspekte von der Psyche von Menschen, von möglichen Tätern sozusagen. Und deswegen hat es sich gelohnt und ich werde wahrscheinlich irgendwann auch mal Band 2 hören. So. Hätte ich wahrscheinlich schon Bock drauf. Und dann kam das erste Buch, was mich so richtig wieder gecatcht hat, was so richtig geil war, was so richtig mich wieder zum Lesen gebracht hat, weil wir erinnern uns, ich hatte diese paar Bücher, die ich davor abgebrochen habe. Dann kam die Farbe der Rache, die ich so einfach nur beendet habe, weil ich es halt beenden wollte, weil ich die ersten drei Teile halt cool fand. Und dann kam Grenzfall, der so zum Hören ganz cool war. Und jetzt kommt das erste Buch, was ich zum Lesen wieder richtig, richtig geil fand. Und das war Dead Zone von Stephen King. Und ich habe lange nichts mehr von Stephen King gelesen. Ich dachte so ein bisschen tatsächlich schon, ich war mittlerweile schon so ein bisschen auf dem Trip, dass ich dachte, ich bin vielleicht mit Stephen King so mehr oder weniger durch. Es gab viele Bücher noch, die ich noch nicht gelesen habe, gibt es immer noch. Aber ich dachte so ein bisschen, ja, ich glaube, die guten, die habe ich gelesen. Und ich glaube, dass, was jetzt noch kommt, so viele wahrscheinlich auch noch gut finden, aber wahrscheinlich nicht mehr so meins ist. Und jetzt kam Dead Zone und das wurde mir, das hatte ich mir geschenkt. Das war so jemand, der, glaube ich, seine Buchsammlung sogar aufgelöst hat, weil er jetzt nur noch E-Books lesen möchte. Und da habe ich diese alte Ausgabe auch noch, ich glaube, aus den 70ern oder 80ern, wann das halt erschienen ist, ist die Ausgabe. Dementsprechend sieht die auch aus. Aber die habe ich dann gelesen und ich war mega geflasht, dass es da doch noch so einen mega guten King gibt. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Da geht es um jemanden, der ins Koma fällt, der einen Autounfall hat und im Koma landet und fünf Jahre lang im Koma liegt. Und Stephen King, ihr kennt Stephen King, kann es sich natürlich nicht nehmen lassen, erst mal fast 100 Seiten lang alles vor dem Unfall zu beschreiben. Nur damit ich dann auch wirklich begreife, wie es für den Johnny, also derjenige, der im Koma liegt, wie es für den dann ist, aus dem Koma wieder zu erwachen. Und das ist so cool. Also das will ich gar nicht abwertend sagen, das sage ich in den lobendsten Tönen, die ich bieten kann sozusagen. Es hat mir richtig Spaß gemacht, Johnny und auch seine Freundin Sarah eben vorher zu begleiten, wie sie auf dem Jahrmarkt sind und dann ist da das Glücksrad und Johnny hat die ganze Zeit so diese Eingebungen. Wir wissen von ihm, dass er schon mal als Kind einen Unfall hatte, wo er einen krassen Schlag auf den Kopf quasi gekriegt hat. Und vom Klappentext her wissen wir, dass er da schon in die Nähe der Todeszone, der Deadzone geraten ist und dass das scheinbar irgendwie einen Einfluss auf ihn hatte und dass er jetzt so Eingebungen hat. Und deswegen beim Glücksrad auf dem Jahrmarkt übelst abräumt und so richtig den Betreiber ausnimmt, weil er all das Geld dann gewinnen kann durch seine Eingebungen. Und dann hat er eben den Unfall und liegt im Koma. Und wenn er dann aufwacht, wir haben dann noch so ein bisschen Szenen während dem Koma, wo wir seine Eltern begleiten, wo seine Mutter sehr religiös fanatisch ist und sein Vater eher weniger, aber beide sind halt sehr krass betroffen. Seine Freundin ist natürlich krass betroffen und wir verstehen aber alles. Es ist so ausführlich und schön beschrieben, dass wir alles nachvollziehen können. Und wenn Johnny dann irgendwann nach fünf Jahren aus dem Koma erwacht, ist es für ihn übelst scheiße. So viel hat sich verändert. Es sind fünf Jahre vergangen. Es hat sich alles verändert. Sein ganzes Leben ist auf den Kopf gestellt. Und das fühle ich richtig, wenn ich das lese. Das war richtig, richtig krass. Und das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Das sind tolle Charaktere. Es ist ein toller Anfang sozusagen. Und dann ist so ein bisschen, stellt sich halt raus, Johnny hat super, also er hat jetzt diese Gabe der Hellsichtigkeit. Er kann jetzt hell sehen und er kann, wenn er Leute berührt, Dinge über diese Leute erfahren. Und das gibt ihm natürlich eine gewisse Macht, die er dann in dem Buch nutzt. Es gibt da ein paar Dinge, wo er vielleicht was helfen kann. Aber das ist so cool. Also ich meine, andere hätten genau diese Geschichte wahrscheinlich als einen Superheldenfilm nutzen können, während Stephen King das gar nicht so wirken lässt, als wäre das so eine Superheldenstory, sondern es geht einfach ums Innere von Johnny und wie das für ihn ist, diese Kraft und diese Macht zu haben und wie er damit umgeht. Und das ist richtig, richtig gut gemacht. Tatsächlich dieser Untertitel vom deutschen Buch, das Attentat, das passiert erst so ganz am Ende, mal kurz. Und das war dann auch was, was ich schon deutlich weniger spannend fand. Auch hier so, ja klar, es ist irgendwie nochmal cool gemacht, so dieses, wie ist das für Johnny und auch, dass Stephen King das alles so beschreibt, als könnte das halt wirklich passieren, dass man so eine Hellsichtigkeit erlangt, wenn man nur zu lange im Koma liegt. Ja, aber das mit dem Attentat am Schluss, das war weniger spannend und ich finde es auch sehr bescheuert, diesen Untertitel dafür im Deutschen noch zu benutzen. Das ist so, ah, Dead Zone, Todeszone, ja, okay, wir müssen noch irgendwas mit. Attentat, wow, yeah, geil, so, voll unnötig, warum nicht einfach Dead Zone oder wenigstens halt Todeszone oder die Tote Zone, so, äh, also, hätte für mich mehr Sinn gemacht, also, soviel dazu, ist ein richtig gutes Buch, ein richtig guter King noch, der echt nochmal richtig Spaß gemacht hat und, wo ich froh bin, dass ich den gelesen habe und mich fragt, warum ich ihn eigentlich so lange noch nicht gelesen habe. Das ist auch so ein Buch, was nicht irgendwie so das erste Buch ist, was Leute empfehlen, wenn es um King geht, sag ich mal, könnte, aber eins sein, was dazugehören könnte eigentlich, meiner Meinung nach. Das letzte Buch, was ich dann noch gelesen habe, war Heartland und, Junge, das ist irgendwie so ein Genre, was ich wenig gelesen habe bisher, so, so ein Roman einfach nur. Ich lese ja schon viel so Thriller einfach und das ist jetzt halt einfach kein Thriller gewesen, das ist ein Roman und ein echt schöner Roman mit Witz, Humor, aber auch Traurigkeit und viel Nachdenklichkeit und Philosophieren über das Leben. Es ist ein richtig klassischer Kammerkant, Coming-of-Age-Roman, glaube ich, also auf dem Klappentext wird er verglichen mit Breakfast Club oder Stand By Me auch tatsächlich und es spielt auch in den 80ern, also es ist ein Buch, was erst in den letzten Jahren, glaube ich, erschienen ist, aber spielt in den 80ern in Amerika in einer kleinen Stadt namens Grady und es geht um Sam, der aus der Ich-Perspektive erzählt und er ist halt richtig schüchtern, er schafft es gar nicht so richtig, aus sich rauszukommen, er ist ganz introvertier, er hatte früher auch Erfahrungen mit Ängsten, mit so Angstattacken und sowas und das Buch geht mit dem Satz los, das ist ein toller erster Satz, in diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Das ist ein guter Satz. Das ist so eine krasse Zusammenfassung von dem ganzen Buch schon, aber ohne irgendwie was vorwegzunehmen. Stattdessen macht es halt Lust und Laune und Spannung baut es auf für das ganze restliche Buch und das ist cool. Er lernt dann in diesem Sommer tatsächlich, also er fängt einen Minijob, so einen Nebenjob im Kino an und lernt halt da ein paar andere Leute kennen, die ein paar Jahre älter sind als er, mit denen er sich auch eben anfreundet, wo aber von Anfang an klar ist, hey, die werden nur noch dieses Jahr da sein und dann werden sie wegziehen, weil sie studieren werden und er muss noch bleiben, weil er ja ein bisschen jünger ist und noch ein Jahr länger zur Schule hier geht. Das ist von Anfang an klar und darauf läuft es bis zum Ende quasi hinaus. Er verliebt sich natürlich direkt in das eine Mädchen aus der Gruppe und das ist aber eine super schöne Story, eine richtig schöne Love Story, weil sie nicht total voller Klischees ist, sondern weil sie authentisch ist und weil sie wie aus dem Leben gegriffen wirkt, weil nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern weil es da Probleme gibt und nicht alles perfekt läuft und das ist super schön. Es werden total viele Dinge über das Leben irgendwie gefühlt besprochen. Es ist wirklich philosophisch und nachdenklich gestimmt. Zum einen gibt es da den Hightower, das ist sein Spitzname, der heißt eigentlich Brand, der so ganz ruhig und in sich zurückgezogen eigentlich wirkt. Also er wirkt nicht schüchtern, aber er sagt halt nicht viel und er macht nicht viel, aber er ist halt immer dabei. Also dann gibt es Cameron, der immer den lustigen Spruch auf Lager hat, der immer irgendwas Witziges sagt und dann gibt es Kirstie, die relativ extrovertiert ist, die halt auch so eine ist, die weiß, dass sie gut aussieht und was für eine Wirkung sie auf Jungs hat und so und das natürlich dann auch lebt und alles und das ist eine coole Gruppe. Das ist eine coole Gruppe. Jeder Charakter ist wirklich, wirklich gut und bei jedem merkst du die Facetten. Die Dinge, die ich jetzt erzählt habe, sind so das Äußerste von denen allen, aber jeder hat Facetten und sagt oder tut Dinge, die mir als Leser zeigen, wow, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Das ist cool. Ich möchte gar nicht viel mehr über dieses Buch sagen, weil das sollt ihr alles selber rausfinden. Für mich ist es ein Buch, was sich definitiv zu lesen lohnt. Ich habe noch ein anderes Buch jetzt von Benedikt Welz auch auf dem Stapel. Das ist Spinner oder Spinner. Ich weiß aber nicht, ob es das englische Wort Spinner oder das deutsche Spinner sein soll. Das werde ich wohl noch herausfinden. Aber es scheint mir, als wäre das ein cooler Autor, der coole Bücher schreibt. Zum Schluss kann ich einfach mal sagen, ich finde es gerade cool, mehr so Romane zu lesen, weniger Thriller. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Thriller können mir in letzter Zeit nicht so viel Neues geben. Es ist so ein bisschen dieses, ja, okay, ihr schafft es, spannende Situationen zu erzeugen. Ihr schafft es, mich an der Nase herumzuführen und Plotwists zu erschaffen. Aber die wenigsten Thriller, die ich in letzter Zeit gelesen habe, haben so eine richtig krasse Tiefe, haben so eine, die sind ausführlich, beschreiben ausführlich Charaktere und Momente und Stimmungen, sondern sind halt mehr so Schlag auf Schlag. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich in letzter Zeit nicht so catcht. Wenn du jetzt einen Thriller direkt im Kopf hast, wo du sagst, boah, Jesus, der ist aber so toll, weil der so eine Tiefe hat und so ausführlich für einen Thriller auch erzählt ist und trotzdem eben auch einen Thriller und spannend und alles, dann hau raus, schreib mal gerne rein, ich gebe dem gerne eine Chance. Aber ich glaube, dass ich jetzt erstmal so Dinge so im Genre von eben Heartland oder auch zum Beispiel ein wenig Leben so, jetzt nicht unbedingt so tragisch unbedingt, aber halt so vom, es geht halt mehr ums Leben und Momente und um Figuren. sowas finde ich wirklich gerade cool. Und wenn ihr sowas kennt, dann empfehlt es mir auch gerne. Und jetzt würde ich sagen, war es das von mir vom Lesemonat Februar. Ich bin schon mittendrin im Lesemonat März auch. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Checkt auch gerne noch den Potter Talk eben hier oben aus. Schaut da gerne mal vorbei. Und schaut, wie gesagt, bei Instagram auch mal vorbei. timtime-bookstagram. Da bin ich gerade deutlich aktiver. Wenn ihr mich weiter verfolgen wollt, dann gerne dort. Aber wie gesagt, ich bleibe auch hier weiter mit meinen Lesemonaten. Das macht auch Spaß. Von daher, yo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Jesus, und ich muss auch so dringend aufs Klo. Oh mein Gott.